Willkommen liebe Freunde, ich bin Kribbetscher. Jawohl, er zieht schon die Waffe an und heute mit einem Video GTA 5. Unser lieber Alex ist neu hier in der Stadt, liebe Freunde. Mit uns dabei einmal die Dusen, wunderschönen guten Abend. Hallo. Und natürlich auch Alex ist auch hier im Stadt. Hallöchen. Hallöchen. Oh, ja. Ja. Kann sich nicht aushalten. Oh, ich habe eine kaputte Flasche hier. Aber hallo. Sie kommt gleich mit der Pfanzer raus. Gibt es irgendwas hier zu brechen? Zum Aufbrechen. So, wir haben gedacht, wir machen für uns ja lieber Alex ein bisschen. Ich mache so ein, zwei Runden Autoren und dann gehen wir auf die Mission. Das heißt, es gibt viel zu ballern und und und. Und natürlich auch viel Geld zu klassieren. Wollen wir mal. Nehmen wir Alex. Ah, da muss er auch. Da stimmt was nicht. Irgendwas juckt da. Irgendwas läuft hier nicht gut. Okay, ja. Jetzt wird bei mir angezeigt, dass die Aufnahme gestartet ist. Also irgendwie voll komisch. Ja, deswegen hat mich irgendwie gerade bewundert. Gut. So, ich schicke euch. Wir können einfach, glaube ich, schon auch selber alle reingehen. Ich steck davon aus. Oder ich hoffe es. Ja. Mal gucken, ob wir die gleiche Lobby landen. Wenn ich dann muss hier rausgehen, dann tue ich euch einladen. Ich mache auf jeden Fall die Sitzung geschlossen. Nur für uns, wenn ich dann der Ost sein sollte. Ja, ich bin der Ost. So, geschlossen ist es. So, meine Freunde. Meine Freunde-Liste. Oh, du bist schon Level 5, ne, Alex? Mhm. So, was? Also die Einstellung habe ich so gelassen, wie es ist, ne? Einladen habt ihr. Geht ihr unter Umständen auf euer Telefon in die Mitte? Ja. Ich bin nicht dran. Ich habe euch eine Einladung geschickt. Wenn, dann tut ihr den Kreis wieder verlassen und nehmt ihr die Einladung auf euer Ende von mir. We go. Also rausgehen wieder? Ja. Geht ihr raus auf den Kreis oder auf die Lobby. Schaut auf euer Ende. Da steht dann eine Einladung von mir. Ja. Alles klar. Down, 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 down. Unser Kohle-Level taucht immer knapper, liebe Freunde, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt nur knappe, glaube ich, was war das? 12 Millionen, irgendwas, irgend sowas. Das heißt, in den nächsten Zukunft werden wir eine Mission-Atländer reinballern. Hast du die Einladung gefunden, Alex? Nein. Muss ich da ein neues schicken? Nein, ich habe es gefunden. Hast du es gefunden? Luftwechsel. Ja. Ähm. Ja, let's go, mein lieber, let's go. Einfach mal auf Auswählen gehen? Ah, wird schon gestartet. Oh, mein Auto. Oh, mein Auto. Ja. 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 Irgendwas drücken? Du kannst mit A und D rechts und links gucken, welche Fahrzeug du aber möchtest. War noch kurz weg. Bereit zum Spiel. Ich kann ja nicht mal meinen Anzug wechseln, ich weiß schnell was trinken. Schade. Meiner Wettung? Ne, brauchst du nicht zu wetten. Ich bin ein Bulle. Oh, Alex, nimm meinen Windschatten, du Sau. Geh weg. Oh, Alter. Ach so, Alex. Bei dem Upschrauber mit 8, 4, 6 und 5 kannst du den intere Arsch bewegen, ne? Lol. Ja, das war ein bisschen gag, wir müssen nachher ein bisschen mit dir Flugstunden machen, damit du weißt, wie die Flugzeuge funktionieren, um zu steuern. Das war jetzt scheiße. Gehen wir nach der Runde raus, gehen wir am Flughafen. Ich will meine Upschrauber und Sokka schon rum testen. Sonst ist es Quatsch. Oder kommst du klar gerade? Ich komm klar. Ich komm klar. Ich komm klar. Mit A, W, S, D, höchst du Geschwindigkeit und Gas, also wie beim Auto. Und mit 8, also mit der rechten Hand 8, 4, 6 bis dann der Rest. Also Upschrauber fliegen ist auch nicht mein Ding, ich fliege lieber Flutzeuge. Ja. Ja, das ist richtig gag. Oh, falsche Richtung. Scheiße. Komm mal nicht mal rein, wir sind dann doch bei Autostorm. Lecken. Kann man nicht mal vor der Bandschrauber. Okay. Aber ich bin tot. Ja, aber du kommst ja wieder. Ja, ich dachte das wäre nur Auto, weißt du. Wir gehen nachher ein bisschen Flughafen. Ein bisschen üben. Früher oder später muss ihr das gönnen, ob ihr wollt oder nicht. Wir gehen Missionen mäßig her, weißt du. Ja. Wie gebe ich Gas? Wie Auto. Einfach W drücken. Und mit 8, schon die die Nase nach vorne bücken und fliege nach vorne. Einfach W und 8 drücken. Also die Nummer von der rechten Tastatur, ne? Ja, ja. In der Nummer pet. Ah, da sind die eine Upschrauber. Ich warte hier auch vor, sonst ist er da. Der andere kommt auch. Wenn du zu tief ab bist, einfach die 8 loslassen und guck, dass du Geschwindigkeit nach oben bekommst. Ja. 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 Ich will ein bisschen Gas los lassen und kommst du mal durch. Jawohl. Warten wir eher, bis alle kommen. Ah, jetzt schon ein bisschen mehr Gas geben müssen. Schwarze Hubschrauber. Warten wir auf Alex. Kommt mir gar nicht klar. Ja. Ist es irgendwo da hinten gewesen? Ich weiß, dass ich in die falsche Richtung fahre. Das ist mir egal, wo unser lieber Alex steckt. Ich bin schon unten an der Seite, oder was? Ah, die Hochhäuser. Dann musst du auf S drücken. S drücken, dann kommst du zum letzten Spawnpunkt. Aber... Wenn's ganz auf der... Wäge drückt halten und 8. Jetzt langsam W loslassen, damit du runterkommst. Und S drücken, das abbremsen. Kommst schon runter. Oh, 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 sieht gut aus. Jawohl, durch bist du. Oh, da kommst du jetzt, da kommst du jetzt, da kommst du jetzt. Jawohl. Das ist der Läschte hier vor dir. Jetzt kommt der Angeschossene. Ja, voll verschossen. Nachdrücken. Wir gehen nach vorne. Jawohl. Guck, der ist immer noch mal an von dem lieber Pilot hier. Neuer Pilot am Start, Freunde. Will, kannst du loslassen. Stumpf drücken, damit du runterkommst und... Ah! Wieder daneben. Mit S kommt runter. Ich schaust das, ich glaub an dich. Ich schaust das, Alter. Warum früh um 6? Aber du schaust das. Jetzt war schon ein bisschen mehr Gas, mehr Gas, mehr Gas. Ich seh nicht. Ach so, du bist unter uns. Ach so, unter mir. Ja, warte, ich mach nochmal mal. Jawohl. Jetzt langsam S drücken, damit du runterkommst und Geschwindigkeit verlierst. Jawohl. Sieht geil aus, sieht gut aus. Jawohl. Jetzt mal den Symbol, musst du draufknallen. Komm schon mit dem Auto wieder. Oh mein Gott. Wunderbar. Weiter geht's. Oh, Flugzeug ist gleich, aber Flugzeug ist leichter. Wirst du merken, Flugzeug ist easy. Muss nur geradeaus fliegen. Oh. Abgestürzt. Oh. Ärger. Es ist leichter. Oh. Ah. Ah. Bei dem Flugzeug gibt er nur W und macht damit 4 und 6 oder 8 wenn ihr mehr nach unten gehen möchtet oder 5 nach oben Da ist Nester Oh Alex ist da Dusen sollte auch bald kommen Ich bin mit dem Motorrad hier Ich stürze gerade ab Ich bin gerade abgestürzt Oh sie kommt da Wenn ihr mit dem Motorrad E drückt und tut dann kommt er weiter Das sagst du mir jetzt? Und da muss er fliegen Freunde X drücken Dann muss er X drücken Dann konnte er wie beim Flugzeug ein Motorrad fliegen Dann warte ich hier auf die beide wieder Oh Mann Bin ich doch Ganz einfach Oh Mann, wie geht denn hin? Dann ist noch weiter Du musst vor der Rampe X drücken Dann mit 5 Also wie beim Flugzeug fliegen Dann mit dem Motorrad steuern Vor der Rampe X drücken Und die Nase nach oben ziehen Und gleich die 5 drücken Dann soll er trotzdem Gas geben Ja ich bin auf dem Boden bin ich Ja du musst aber oben bleiben So Du musst schon X drücken Jetzt bei der Rampe Gas Und die 5 Natürlich konnte er auch A drücken Dann kriegt er auch mehr Schubs Ich komme damit nicht klar Ja deswegen Wenn ihr wieder respawnt wartet Dann erkläre ich es euch So Kein Gas geben Wenn ihr wieder respawnt Kommt zu mir vorne So Tut er mal X drücken Dann kriegt er die größere Flügen Ja Ich sehe mein Großrad Hast du schon Großere Flügen So Vor der Rampe Tut er E drücken Und 5 Dann fliegt er bis drüben Ja ich zeige euch Die E drücken Und dann die 5 Da kommt er bis drüber Mit 5 und 8 Gibt er die Höhe Und gelandet Die Nummer muss ja die von der rechten Seite drücken Äh äh Susi fliegt irgendwo Jawohl Bei Alex sieht es gut aus Jawohl Bei Alex sieht es gut aus Ich habe schon wieder X drücken Da sind die Flügel weg Darf ich Oh sie ist auch gekommen Doch sie ist da hinten Okay weiterfährt Achso da muss ich wieder zurückfahren Und so Und so Ohla Schau mal wieder X Da sind die Flügel weg Ja du hast es an sich Hast du schon gelbe Punt vor deiner Nase Wenn du Richtung zu uns guckst Nee Grün Ach bei euch habe ich keinen Ich bin doch den Gründen nicht Das ist es Ja dann musst du Durch den Gründen unbedingt fliegen Wieder 11 Lang gedrückt halten Jetzt weißt du wie man fliegen tut hier Kann ich weiter fliegen? Dann komm ich zu dir hoch Dann guck ich mir jetzt an wie du abhebt wirst Ein bisschen Flugstunde machen wir hier Aber du bist schon unten Nase va Alex Nein 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 ...Wathe! Warte! Bleibe das hört, bleibe das, was sie stehen?! Warte... Warte, bleibe das, bleibe es уст Thanos. Oh nein! Ich bin doch in die Straße geflogen. Jawoll, von der Straße hier hochgekommen, Alter. Weißt du, was das geilste ist? Hatte? Hatte? Ich, Alter, Alter. Da kann ich nicht aufsteigen. Oh, lol. Das ist gelber Pum. Jetzt zieh, dann wieder. Alex ist am Arsch der Welt, Alter. Boah, Alter. Ich hab nur... Oh, der ist schon eine Rampe, Alter. Die benutze ich jetzt. Ist die Frau weitergefahren? Ja, die Frau ist weitergefahren. Also, weiterfahren, Alex. Ich bin weitergefahren. Ja, bei uns steht für Platz 1, so wie ich drüben. Also, hat bei dir die Punte gezahlt? Ja, ich bin weitergefahren. Alter, wie der ausrastet. ein tunnel in den tunnel jetzt habe ich hier ein flugzeug abzuspielen nicht dass wir falsch fahren gerade ich check das ist nicht alter ja du musstest drüber auf den roten Punkt jetzt haben wir uns aus dem Flugzeug zu passen ach so da müssen wir landen mit dem Motorrad ok also warte der Alex bestimmt kurz Info auf den link ist er also bist ja schon gelandet ok dann weitermachen da gehts weiter äh bleib da hinten ah ich will in die Luft gehen ich will in die Luft gehen nein ich wollte in die Luft gehen ich wollte Boom machen da papapapapapa ich würde dich erschießen hahaha ne einfach nur mit 8 und 5 oh ich kann nicht grad ein Schicksalz machen Mit V Komm Alex Ich habe mich stark beschädigt Ich habe mich stark beschädigt Deine Chance Deine Chance Ja genau Ich warte hier auf dich Ich hab's nur ein Bum, Jörg, was soll das Alex? Nein Die kommen hier auf die Idee, ne? Bum, bumm, Alter, was da lol Das ist bei dir Da schlippert's nur noch, ja? Ah, 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 da kommt er, da kommt er Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Ist unter der Skrune, unter der Skrune Ich hoffe, ich bin drauf, ich hoffe, ich bin drauf Jawohl, hat er's geschafft Ich bin drauf, ich bin drauf, ich bin drauf Ich bin drauf, ich bin drauf LSP-D Oh, wie konntest du grad schneller vorne Von seiner Sicht, Alter Äh Also Obstschrauber ist auch nicht mein Ding Da hab ich selber Schwierigkeiten Du sagst, ey Und 1975 Out of den Skrune da 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 das ist die zweite runde was wir da gerade machen dann fahr ich schnell vor damit es bei euch dann schnell vorbei ist dann lockt die zeit runter lassen da 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 ich habe es geschafft oh da 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 wie Vielen Dank. Vielen Dank. Du, äh, was machst du auf der Straße, Alex? Aua! Drück mal F, lange gedrückt. Dann komm ich wieder auf die Strecke. Oh, Mann. Bisschen nach unten mit der Nase. Sehr schön. Das sieht nicht schlecht aus. Äh, was? Komm, da bin ich kurz vor der Ziel. Oh, geschafft! Und alle durch sein Ziel geschaffte. Helfen aufreißen, oder? Oh, ein hübsches Sümmchen. Nie wieder so'n Scheiß. Keine Ahnung, was macht man die Mission hier? Hübsches Sümmchen gekriegt. Und jetzt hier unten rechts bei freiem Modus und dann Enter. Was, ihr wollt weiterfahren, fliegen, sonst glaubt weniger, ne? Hm. Ja. Können wir Missionen machen. Okay, ich spawn irgendwo auf der Autobahn. Ja. Danke auch dafür. Wir müssen schauen, wo hier es rauskommt. Machen wir mal kurz den Ziel, bitte. Das liegt bei mir. Bei mir auch. Aber ich bin schon da. Ich sammle euch alle ein. Moment. Mal kurz rauskommt. Mal kurz rauskommt. Mal kurz rauskommt. jetzt ja mal gar nicht wir haben ein auto ich habe dich gespawnt warte augenblick bitte doch ja und kann ich einstecken vision machen ich kann nicht einstecken war zeig zugang freunde was jetzt jetzt sollte es gehen als beifahrer seite hinten er labert mich gerade zu wir sehen uns bald ich komme nicht rein mal aus jetzt ich probiere mal, was, walfahrer vonein zu steigen? ist das zios rausgegangen oder was? du bist auch orange ich zeig dir mal vor allem ich zeig dir doch nicht ich bin bei dem fahrzeug hier da kann ich ja, fahrzeug verpackt paddeln ist ein bisschen schneller, man kann auch aber da 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 Hehehehe Das Ding atemen wir auch mit unserem Fahrzeug Aber das ist gut, dass wir jetzt so weg sind Weil für den links brauchen wir einen Mechaniker? Moment Da brauchen wir den Koruma, der gepanzerte Ja bei der Missioner, wenn du im Fahrzeug drin bist, kannst du rausschießen Aber wenn die reinschießen, kriegst du keinen Schaden, weißt du? Okay Den Koruma brauche ich Dankeschön Du kannst von deiner Mechaniker ein Fahrzeug anfordern Wenn du von dem Fahrzeug, in dem du gerade gefahren bist, weit weg genug bist, weißt du? Okay Willst du schon den Bull anrufen, oder was? So Geh Alter, los Ach gut, wir haben das dann noch zu, gell, für London Ah, da vorne ist mein Auto Ah, Lester Ich hab da angerufen, dann kann ich die Bullen nicht weglegen, kein Problem Ich hab da angerufen, dann kann ich die Bullen nicht weglegen, kein Problem Mach mal Platz, mein Fahrzeug ist so gepanzig, macht dich kaputt, dann So, such uns hier Bullen So, such uns hier Bullen Die Sterne blinken bei euch auch? Ja Was, die Sterne? Ja, oben rechts Ja Wir haben 720 Meter vor deinem Auftraggeber Das ist Turmen Kubik Ja Bei euch auch? Ja Achso Ich dachte, das wäre eine normale Metallantenne, hätt ich mitgenommen Bye Wohl Wohl Nies ruhig Du warst nicht so davon Es ist eine Mülltonne, hat jemand was auszulehnt. Ja, warte mal, ich kriege eine Einladung. Ich kann das geschlossen machen. Ich fand, wenn wir den Kopf abschlachten müssen. Ey, wir sind geschickt worden. Ich bin Batman. Ich bin Batman, du bist Robin. So, ist es nicht geschlossen, ist jetzt so. Ja, ich kann ihn leider nicht rauswerfen. Die 22er und 32er, egal. Ich gehe gleich raus Leute. Ich dachte, er hätte euch eingeladen, aber wir warten nicht drin. Keine von euch drin bei mir. Ah, Sitzung verlassen. Warte, wer ist in die Sitzung drin? Keiner. Ich denke, wir werden verlassen. Ah, wie ist die Scheiße hier verlassen? Oh man, ich habe die Kack jetzt nicht verlassen. Warte mal kurz. Ich könnte das auch wieder verlassen. Ja, ich wir warte mal. Ja, ich bin ja im Moment. Was ist das? 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 Ich bin wieder da. Jo, wir brauchen Ich habe Bock jetzt die ganze Zeit die Leute hinterher zu rennen Ich bin Pegasus Na Pegasus Papa hör mal zu Ja Der Wunsch der kleinen Susi Susi zu Mama Ich hätte gerne ein Brüderchen Mama, weißt du, der Storch kommt nicht mehr zu uns Susi, kannst du es doch mit einem anderen Volk probieren Hm Oh, ja Ja Dann ist er sie Wollte jetzt sagen, dass ich das war ja Oh, Fetisch Leute, so machen wir eine scheiß Mission. Ich lade euch ein, ne? Ich werde bei mir drin, deswegen habe ich nicht mehr drauf geguckt, ne? Oh, komm. Ist mein Fahrzeug noch bei euch? Ja, ich stehe davor. Was ist ich davor? Also, dahinter. Also, ich bin irgendwo anders. Dein Fahrzeug steht vor mir. Ein schwarz-rotes Fahrzeug steht vor dir, weil ich im Fahrzeug habe ich gerade vor meiner Nase. Ah, lol. Äh, das ist gut. Freunde. So, meine Freunde. Ihr kriegt eine Einladung von mir. Äh, Spieleinladung senden. Nein. Hi. Ja. 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 Dann komm ich zu euch. Aber wir sind nicht in den gleichen, äh, Dings. Ich setze nicht in den gleichen Lobby, ne? Ja. Das sage ich doch. Deswegen habe ich eine Spieleinladung gesendet. Wo finde ich die Spieleinladung? Ja. Oder du gehst einfach bei Freunde, auf meinen Namen und dann folgen. Wir haben gerade irgendwie irgendwas mit den Zimmer gehabt. Hier ist in eine andere Lobby gelandet. Ich bin an der Lobby komplett alleine. Komplett groß aus dem Spiel. Spiel ein, komm an. Ja. Ich bin komplett raus aus dem Spiel oder was? Nein, nein. Die Spieleinladung angenommen. Das muss ich euch abholen. Äh, äh, äh. Warte, ich trecke gerade mal. Ja, dann weiß ich, wo ich euch abholen muss. Dann soll ich wahrscheinlich wieder auch, äh, da oben bei MC auftauchen. Ich bin schon wieder im Apartment gelandet. Ja, dann komm auf die Straße, ich bin auf dem Weg zu dir. 600 Meter von dir entfernt bin ich. Lol, ich stehe immer noch hier oben. Ja, dann ist gut. Dann kommen wir gleich oben. Du bist schon draußen oder musst du wieder oben sein? Ja, ich bin draußen. Äh, und du bist immer noch da oben. Ah, okay. Den hast du aber ganz schön. Ist mir scheißegal gerade. Ja. Egal tramponieren. Die ist sowieso gepanzert. Dann freut sich der Mechaniker, der ein bisschen Arbeit kriegt. Sonst kriegt der Polo, dass er was machen muss. Nicht auch funktionieren noch. Das ist jetzt das Witz. Machen sie Platz. Der Kollege wartet auf uns. Machen sie Platz. Victor. Blick auf Africen erstmalig. Hundert Meter. Die sind da. Ich sollte dazu nicht aufrufen, alter. gleich eine einladung warte her jetzt muss ich drauf gucken dass ich der ost bin einfach drücke gerade vorgang das ist schneller und bin ich der haust da bin ich der haust dann gehe ich wieder raus kein problem dann gehe ich ja wieder raus da bin ich probiere noch mal dass auf die uhrzeiten noch leute multiple spielen spielen ja ich bin der ost der schloss ok jetzt wird ihr dann geladen so meine freunde von meiner freunde liste aktuelle sitzern also ihr braucht wieder deine einladung ne für den coos einstellungen bestätigen für alles kaufen aber alex ala du bist draußen ne aah für level 6 du sacke ist braun aber geil so kennt sich auch jeder wasser aber spiel starten so wenn das spiel starten würde let's go let's go let's go schaltet das ziel aus alles kannst du die map aufmachen und markieren musst einfach nicht so wie bei dings machen einfach nur markieren dann weißt du wo ich fahren muss wo dann? bei c pass auf 10 ja armenian die sind alle drei zusammen habe ich doch gemacht ja ok wir müssen ausschalten alle drei zusammen sind da bald verteilt aber das ist uns egal ein bisschen schneller ist die festhalten einschneiden brauchst du dich nicht ausstecken und gleich losballern ja alles ausballern was er zöckelt da bist du ja zwei kilometer die markieren noch aktuell oder? ja 2,5 ich muss bulle werden die markieren das ist Ich stehe mich vor dem Fahrzeug, ich tue dem Fahrer erschießen. Knall ihn weg. Versuchen wir mal auf die Räder zu schießen, jetzt sind wir zu sterben. Okay, nur der C jetzt. Wir müssen die Cops ausschalten, weg hier. Er hat noch einen Ball im Fahrzeug. Ist jetzt ruhig, ich rede mit mir, ich denke ich bin raus. Alles gut. Was sagen Sie denn schon, wenn wir rausschliegen? Okay. Ich bin raus, ich bin raus. Ich bin raus, ich bin raus. Ich bin raus. Das war's. Wie Ostern. Ja, ja. Easy. Das ist Mami. Easy peasy, beasy beasy. So können wir jetzt zum Beispiel Enter drücken. Da können wir auf Zufall gehen. Da können wir jetzt eine Mission untereinander reinballern. Machen wir noch zwei drin, dann machen wir Feierabendweil. Ich glaube, wir waren. Das war's. Zufall, Enter drücken. Das ist Zufall. Genau, auf Zufall. Enter drücken. Zufall. Oh. 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 F夾. Oh. 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 Mach' ich auf geschlossenen Knappen. All right? Let's go. Money, 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 Money... Also, wir nicht, aber Alex braucht Gold. Cool. Nehmen Sie bitte Medi... Ja. Da haben wir die Markierung, kann passen. Oh, wir können wieder fliegen. Oh, mein Bus. Oh, mein Bus. Hey, noch keiner mehr gewesen, wir werden auf dem Bus drauf gelandet. Was denn, der hat uns zu spazieren gebracht, ey? Ja. Ja. Lieber da runter. Muss ich jetzt in der Stadtverwaltung gehen? Ne, gell? Fahrzeug muss ich noch anmelden, ey. Oh, das war knapp, ey. Oh, das war knapp, ey. Oh, das war knapp. Ja, ja. Aber beim Lager geht's rechts, wir müssen links. Was ist zu machen? Ja. Einfach draufkollern aus. Ja, alle müssen wir töten. Ja, alle müssen wir töten. Ist keiner hier. Doch, hier ist er noch. Ja. Ja. Ah, das ist die Kacken. Warte. Mach mal die Runde andersherum. Sonst müssen wir im Wasser runter springen. Aber kein Bock auf Wasser. Wir können auch da runter gehen. Ah, ne. Mal hier. Mal aufpassen. Lauf. Äh, äh. Mal aufpassen hier. Nicht rennen, sondern laufen. Richtum Wand muss er rennen. Dann kommt er. Dann kommt er durch. Oder laufen besser gesagt. Kann man auch rennen? Ja. Wenn man Richtung Wand gucken tut, kann man auch rennen. Wacken durch. Scheiße! Oh! Irgendwo ist hier eine Leiter. Oh, beim Boot ist eine Leiter. Aber sie weiß nicht wie sie auch kommt. Also fallen nach oben und S eigentlich. Oder SRG und S. Dann kommst du auch. Ich hab keine Munition, Alter. Was brauchst du, Muni? Oder ich geb dir eine Waffe. Was soll Muni rausschmeißen? Die neuen, glaub ich. Oh, da ist die Waffe. Oh, da ist die Waffe. Hätten wir die Waffen drüben als wir immer die Kings, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Die Bate geht los hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, die Bate geht los hier. Ein Schuss, ein Treffer. Hier um der Ecke kommt einer. Na na, Mann! Warte doch mal. Nein, nein, nein. Warte doch mal, um deinen Mechner zu treffen! Bist du noch unter Wasser? Ah, nein, du bist da oben noch. Nicht vorher drängen, du musst immer die Leute wegschieben. Da geht dein M.G. Nein. Nein, oh Mann. Keine Sorgen. Schießt alles kaputt. Warte. Schießt auf die Männchen bitte. Warte, warte. Hier versuchst du zu landen gerade. Aber irgendwie... Ich bin gestorben. 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 Was ist denn jetzt auf der Bedingung ein? Hör auf, ich muss den Alex fischen, weil der redet nicht mit mir, ich kann ja nicht wissen wo der steckt. Der ist irgendwie gestorben. Ja, aber der ist hier. Du bist hier. Okay, warte. Ich lass sie dort wieder ab und gebe schon ins Deck und ich versuche zu Alex rüber zu gehen. Oh man, nochmal gestorben, ein Leben hab ich jetzt noch. Ja, okay, warte. Gib uns Deckung. Ich bin in der Halle. Das war's für der Bisschen. Ich bin in der Halle. Ich bin in der Halle. Wurzeln. Ich schwach den Fischchen. Wir haben das Schläge. Anni ab und sind. Wir sind weg und haben die Bisse. Wir sind über das Schläge. Aber Lilien. Wir sind wegge shuffle. Und lass uns noch Doesnklar. Aber Leid. Wir sind weg. Boah, jetzt hatte ich keine Muni mehr Komm mit Decks für dir Alex, Decks für dir Alex Ich bin ein bisschen verdeckt Bitte euch, finde ich Ja ja, gib mit uns Deckung, Alex soll hinterher kommen Oh nein 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 Hier, komm hierher, hierher Komm, 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 komm Stärke in die andere MG rein Ich werde uns jetzt so instellen Damit ich vor jeder Seite Deckung kriege Oben muss ich noch ein bisschen links Ja Warte, warte, warte Nein, da links nicht, dann links macht Samantha Genau da muss ich schon gucken Ich bin ja Deckung, weil ich muss jetzt rüber laufen Wo sind die Leute, bitte Infos geben Ähm, hinter dir Aber nicht bis hier Ich glaube hinter dir Nein, vor dir Ich bin ja weiter durch, hinterher kommen Das ist ein Spaß, ich hole Das ist ein Spaß, ich hole Ja, das ist hier noch Ja, das ist hier noch Ich habe noch Ich habe mit Fölten Wenn die Fölten Das ist hier noch Warte, mich Ich werde mich Ich bin jetzt hier noch Bis zum ungekommen und komm aus dem Marvin's criteria ja, ich komm ja runter, gib mir Deko wir werden so schönes geht ein anderer U-Beschrauber kommt auf deine Seite Alex komm aber nicht hoch genug mit der Subschrauber über der Halle dann pflege ich mich gleich weg bitte den Weg nass ein anderer U-Beschrauber da war 7 der stange geld gemacht so meine freunde zu schauen zu schauen die lektion der machen wir noch wieder auf zufall was wir so schön jetzt bekommen mal beschlossen wieder Martin Attentat Let's go Dumm dumm Alter ich schwitze wie ein Schwein alter musste wenn die lauter anmachen oder was Boah Alter und ist es in einem Wirt? Ja vorhin auch gehabt Diese Schwangungen Boop 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 Auch wieder das Oh Jetzt gibt's so Hupen Gut Wollte ich da markieren erstmal weil die gehen wieder so gut daran Ja danke ab und zu hinten im blick halten falls ihr eine andere Route nehmen Das Auto zu ich ausweichen aber die Mauer nicht auch wunderschön Uuff Styliös Uuff Okay. 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 Oh, you maybe can't do that. Okay. They can't do that. Can't do that. I think thefolk will do that, so. Yeah, there they are. Keiner da. Wenn man Schutz von den Grünen ein bisschen braucht sich keiner da, Alter. Ja, Moin. John! Was ist der Hubschrauber? Ah, sie sind weg. Ja. Nein, Mann. Wieder 9000. Ey, wir haben heute 30.000, 40.000 gemacht. Kann das sein? Level 8. Oh, mein neues Fahrzeug ist da. Wenn ich mein neues Fahrzeug angucke, wo wir Feierabend machen. Das war jetzt. Fahrzeug ist da, Fahrzeug ist da. Also gehen wir auf freie Fahrt, ne, jetzt. Freier Modus. Rechts. Ich weiß nicht, was für das Fahrzeug da ist. Kann jemand an dem Casino markieren? Jetzt mal gucken, wo mein Auto rum ist. Gott. Wo ist meine Karre? So lange ihr laden tut, kann ich ja selber den markieren. Okay, was ist das? Warte. Ach, du bist vertrocknet. Warte, bleib stehen! Jetzt kann er, ich gehe geradeaus zu. Jetzt kann er auch hinter euch. Okay. Bin ich. Ja. Stuklaz waren da leer, Alter. Ich habe gerade erschossen. Ich habe erschossen. Wo. Irgend so ein Spastis. Also du bist jetzt unten? Ja, warte, warte, andere Seite. Hinter dir, hinter dir. Ja, ich halte dich auf, wenn du unten bist. Das heißt, du bist unten, oder? Ja. Ach, da oben bist du nicht oben. Taggen Sie bitte ein, da können Sie Ihre Kohle wieder einsammeln. Ah, da kommt einer. Was will der? Taggen Sie mal. Boah, Alter, ich lass es bohern. Die Strecke kehr ich zu gut, ja. Woher denn? Ja, absolut. Das ist wirklich schlecht. Elf uns, Elf uns! Keiner da! Ich will ein Auto reinparken. Der ist nicht da, der hat Feierabend oder was? Oh, sorry. Oh, oh, oh. Jetzt voll drauf auf die Strasse sperre. Ich hatte gerade kurz ein Standbild. Ah, FBI auch noch dazu. Mein lieber Lester. Wir schießen nicht mehr. Schießen! Wer war das hier, Seydude? Ich werde mit dem. Jetzt hat er Spaß, damit wir die Stände wegkriegen und dann muss einer noch hinterher schießen. Wer war das jetzt? Der Genie hier. Ich hab nichts gewollt. Ich hab meine Hände weg. Ach. Gott. Ja, die sehen uns. Besuch, aber da unten. Ach. Mir habe ich das sonst noch sein muss, ey. Da ist eine Kamera da oben. Oh, Mann. Kommt die von hinten. Wir sind schon längst fertig. Oh, Gott sei Dank. Klasse noch dazu. Kein Problem. Du könnt ja nicht fahren, oder was? Mal schwinden. Ah, eine Tervenia. Geht so wegschreiten. Wegschreiten, das wird uns. Was? Ja, ich mag was. Ich hab' ihn mit mullet... Nein, ich hab' ihn mit zu schlitz gesehn'n. Mann. Da ist ein Bull. Okay. Ah, hier ein Lappen. Jetzt warten wir zwei Sekunden, dann fahren wir wieder raus. Mal gucken was für ein Fahrzeug wir haben. Wo seid ihr? Aha. Jawoll. Jetzt haben wir die ganze Zeit das Ding angehabt, hätte ich euch eingeladen. Hättet ihr mehr Kohle und mehr Erfahrungsmittel gekriegt. Pushback, jawoll. Auto repariert, wunderbar. Schneller Reparaturservice. Das Das war's. 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 Yeah. Das war's. 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 Das ist ein soziales Telefonnummer. Ich werde mich auf dich halten. Tschüss. Ich habe mich überrascht. Wir fliegen nicht um die Klaut. Wir sind nach oben. das war es mit dem video von gtr 5 ein bisschen anders als gewohnt aber liebe freunde muss auch ein bisschen auch unser lieber alex ein bisschen lustig nehmen ein bisschen flug schon hatte schon genommen beim nächstes mal werde ich mit ihm am flug kaufen gehen dann werde ich meinen umschrauber raus holen im flugzeug da kann er sich ein bisschen station genau wie wir so sind hier sind ein bisschen noch unerfahren was das betrifft aber ihr werdet es nur schaffen und da werden wir wenn dann die zwei kandidaten oder er und die dame angespielt sind wenn wir dann richtige missionen machen wo wir dann millionen verdienen werden aber war trotzdem gut vielen dank leute dass ihr mitgespielt habt bitte bitte gerne mal wieder gerne ja auch das ist meine erde wie gesagt freunde auf youtube werden ab jetzt nur auf 4k video rauskommen alles also live stream werden nur auf twitch kommen werde ich auch unter die beschreibung noch verlinken in den zimmer schönen abend ruhig aus und ist du nächstes mal tschüss tschau